Mach einmal, wenn es dann nicht geht, dann ist es okay. Sünde. Okay, jetzt weg Alex. Guck, der kann sich nicht weiter schüren, das ist so geil. Ich dachte echt, das geht nicht. Und Alex, sag was. Bleib stehen, Alex. Ich probier. Da muss ich mich richtig hinsetzen. So, Alex darf sich nicht verlegen. Also, die Tür... Also, erstens ist auf der Treppe einer, zweitens ist durch die Tür links einer durchgelatscht, also da. Der ist auf der linken Seite irgendwo, dann ist da Frost. Der liegt da hinter der Tür. Von der Treppe werde ich beschossen. Ja, gut, genau. Dann der von der Treppe zieht geläglich auf mich, aber ich sehe den nicht. Kannst du nochmal aufmachen unter mir. Soll ich noch, äh, unter dir oder wo? Ja, damit wir da ein können. Ja, dann muss ich noch weiter unten. Geht leider nicht, zusammenhängt. Hab keine mehr danach. Wieso mussten wir jetzt da drunter kriechen, hä? Wieso kommst du nicht ein bisschen drüber? Das ist die Frostfalle. Weil das wäre nicht mehr auf dem Boden gewesen. Was ist da? Hier oben ist ein Fönster aufgegangen. Einer ist oben gewesen. Einer ist rechts und brauche. Maximal zwei. Ne, Nitrozelle, jemand Treppe. Deine Treppe. Zweite Treppe. Zweite Treppe, beziehungsweise... Ja, doch. Letzter Treppe. Ne, vorletzter Treppe. Ne, vorletzter Treppe. Landed kommt. Nitrozelle, ich kratze ab. Ne, doch nicht. Landed haut auf mich ein und beide Treppe. Beide Treppe. Auch Treppe. Um. Nice, Chris. Wie hast du dich in der Seero? Ach, nur fast? Jetzt wo ist jemand. Da. Alter! Leute, geht's noch? Ich hab eh schon ein zweites Spiel verlassen von denen. Bei mir im Nachbargebäude. Uh, ich hab die Geisel fast erschossen. Jäger 30 auf dem. Oh, ich hab ihn nicht gesehen. Jäger ist in dem linken Raum. In der Badewanne, ne? In dem ersten Fenster quasi. Obwohl das nicht offen ist. So, das war nur eins. Nummer zwei. Nummer drei. Hey, das war meine Nummer. Ja, okay, für dich. Ja, für dich zwei, ja. Ohhhh. Oh fuck, Chris. I'm down, I'm down, 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 down. Ah. Ist halt Kupferspieler. Halt. Der letzte. Nachladen und rein. Nachladen und rein. Du musst das tun. Du musst das tun. Ich kann die Wand schließen. Ja. Schön. Runter und runter. Nachladen, nachladen. Dann. Hier. Wo ist die Wand? Die ist rechts. Äh. Die ist rechts. Also nicht da rechts, sondern geradeaus durchgegangen. Sicher. Letzte, bekannt, wo sie es waren. Malkei in die Korne. 1 HP. Don't know how, das ist. Okay, nee, das ist. Genau da. Okay, jetzt nach hinten. Wow. Die ist halt runtergerannt. Gut gemacht, Michi. Jetzt drohnst du die Schleife. Nein! Ich stehe da wahrscheinlich. Aufpassen! Was war denn oder was? Ich hab kurz was... Ich schüße einfach mal runter. Und zwar mehr. Nein! Ich komme nicht unten! Und... Ja! Super gemacht! Puh! Shit! Oh my lady loves an Assok. Vier nice Piers, Michi. Müssen wir halt aufpassen auf den anderen Eingang. Aber hier. Puh! Okay... Also ich würde sagen, fairerweise würden wir jetzt auch rennen und zwar schießen. Wir haben es anscheinend sehr mit einem professionellen Team zu tun. Das rennt mir erst mal vor die Plinte. Äh, lasst mich doch mal dahin! Nicht aufschießen die Tür, Clemens, bitte nicht! Leute, Leute! Ich möchte piken. Ich bin hinter dir! Da ist niemand! Da ist niemand! Da ist niemand! Da ist niemand! Alec! Warum? Ja! Mario! Mario, du bist so ein richtiger Michiler! Wie war das mit dem Team Kill? Ich wollte gerade zwischen euch durchballern! Wie war das mit dem Team Kill? Habe ich gekehlt sogar oder was? Ja, du hast ihn umgebracht, aber auch noch Alex! Sorry! Also du hast auf jeden Fall was getroffen, Mario, ja? Ja! Sorry, ich wollte zwischen euch durchballern! Wie gesagt... Ach, dahinter ist Tachanka, oder? Ähm... Ja! Ja, ja, ja! Links ist Tachanka! Links ist Tachanka! Tachanka! Wie soll ich den denn noch? Schon aktiviert! Hinterm Schild, ne? Sind alle im Raum! Good luck! Erst mal die anderen! Ja, ja! Boah, gut! Und noch eine, noch eine! Beteiligungsgranaten rein! Ja, genau! Alle drei! Wo ist er? Er kommt zu dir! Er kommt zu dir! Warte! 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 15 Sekunden left! Und jetzt! Unterm Schild! Unterm Schild! Perfekt! Guter Call! Awww Warte Puff! Schild! Uhhh... Die Stairs! Ich habe ihn! Nice! Steals! Stairs! Das Leidende Stairs! Ich bin noch nicht mal das Nitro! Hast du das, Michi? Der Schuss Warte mal, alles klar, du wirst das halt erstmal durch die Wand durch Unter mir ist was Du hast noch 3 Flashes, die kannst du durch die Treppe durchwerfen Hallo Hallo Hä, wo ist denn der den ich höre, aber da Ich mach grad von der anderen Seite Druck In der Garage Biatsch Ich mach ihn Wenn du Links rum, dann ist rechts eine Tür und dann weiter und dann nochmal rechts Du kannst ihn Also links Ja ok Ich kann ihn durch die Wand durch Du kannst ihn durch die Wand durch Wenn er in der gleichen Ort wie vor Das ist offen, das ist offen, das ist offen Das ist offen, das ist offen, das ist offen Da drunter ist Mute Da drunter links Das ist offen Das ist offen Trigger Play together Play together Call and call I just wait Alex 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 Das ist recht Nicht drin Aber der ist drin Ah doch doch der ist drin Gut entdeckt. Ganz kurz dachte ich wäre die Geisel. Huh. But, no, no, hast du nicht. Ja, ich geh rein. Vorraum gesichert. Oh, hier ist direkt einer bei mir. Ist das so blöd über hier? Ah, das war einer! Ich werde, ich werde. Oh, ich habe einen Tappen. Frost bei mir, das ist mein Position. Fuck. Oh, bitch. Ich liebe einen Tappen. Fun. Okay, behind the stairs. Oh, da ist er bei mir. Ja, bitch. Ja. Montage. Ja. A fucking beast. Ja. Der ist genau links von dir. Er hat es hingelegt. Nein, nein, nein. Rechts, rechts, rechts. Rechts hinter dieser Barrikade, ja. Ja. Schön mich. Nice. Ich mache gerade einen fertig, Alter. Das Jäger ist low. Der ist tot. Ich habe dir so einen geilen Distanzschuss gegeben. Michi, warte, warte. Ich habe einen Laser gesehen. Jetzt hole ich auch nochmal ein paar Mal. Es ist mal an. Wann machst du Druck? Ja, ich mache Druck. Warte, ich werfe ein paar. Vielleicht ist es rein. Wann bist du drin? Bin drin. Er ist drin. Ah, der ist hier, hier, hier. Schieß mal durch die Wand. Schieß mal durch die Wand. Ja, genau so. Ja. Nice. Wow, da war eine Asi-Taktik. War aber eine gute Idee. Ah, nice. Ja. Michi? Ja, da wird uns durchgeschossen. Ich komme nicht mehr zu euch. Tür und Fen- Ach, Cesum, kämpft. Oh, lol. Ja. Der ist direkt au- Ich hatte nur eine Lübkessel gerade. Ich lege jetzt. 50. Die stürmen gerade. Ich bin auf Fisch. Ich bin auf Fisch. Ich bin auf Fisch. Ich bin auf Fisch. Jetzt haben wir durch den Swarm-E-Spray. Schmö. Als ob er hinter mir kommt. Ich bin so... Schmö. Schmö. Chris lehrt erstmal nach. Nein! Ja, ich dachte, wir waren voll. Schmö. Es sah gut aus. Wie der sich nicht umdreht und nicht für den Swarm-E-Spray kommt. Schmö. Schmö. Zwei. Eins. Er. Aufwestern. Unnormal. Ähm. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.